Hallo Leute! Wir müssen heute leider mal wieder ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Ich war nämlich kürzlich im Shop von Beauty Bay unterwegs und habe dieses Produkt namens Fur Oil entdeckt. Und eben dieses Fur Oil soll für den Intimbereich geeignet sein, vor Hautirritationen schützend und ohne Duftstoffe auskommen. Ich habe ja bereits ein Video zum Thema Intimpflege gemacht und ausführlich darüber gesprochen, dass Gynäkologen und Gynäkologinnen davon abraten, parfümierte Produkte im Intimbereich zu verwenden, weil dieser einfach super empfindlich ist und somit anfällig für Irritationen oder eben auch allergische Reaktionen. Falls ihr euch diese Infos nochmal in Erinnerung rufen möchtet, ich verlinke euch das Video hier oben in dem i und auch nochmal unten in der Infobox. Und wenn ich jetzt im Shop weiter runter scrolle, um mir die Insie-Liste genauer anzuschauen, was sehe ich denn da? Duftstofffrei ist dieses Produkt nämlich gar nicht. Ich habe mal spaßeshalber alles markiert, was irgendwie mit Duftstoffen zu tun hat. Und wie man sieht, bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Erstens ist auch tatsächlich ein deklarationspflichtiger Duftstoff enthalten, den ich hier orange markiert habe. Und der muss sogar ab einer Konzentration von 0,001% in Leave-On-Produkten angegeben werden, weil er einfach ein gewisses Allergiepotenzial mit sich bringt. Zweitens sind haufenweise Duftöle drin, die natürlicherweise Duftstoffe enthalten. Nehmen wir beispielsweise das Zitronenöl, welches aus der Zitronenschale gewonnen wird. Je nach Ursprung der Zitrone fällt der Anteil an enthaltenen Duftstoffen unterschiedlich aus, was eben auch voll normal ist, da wir hier von einem Naturprodukt reden. Aber nichtsdestotrotz sind halt Duftstoffe enthalten. Selbiges trifft auch beispielsweise auf das enthaltenen Pfefferminzöl oder das Zitronengrasöl zu. Diese Öle enthalten einfach natürlicherweise Duftstoffe. Und gerade darauf sollte vor allem im Intimbereich verzichtet werden. Ich persönlich würde diese Ölmischung nicht mal im Gesicht benutzen. Ehrlich gesagt finde ich das mehr als irreführend, unfair gegenüber der Kundschaft und mich persönlich macht das auch extrem wütend, weil ich selbst Probleme mit Duftstoffen habe. Also wenn ich ein Produkt verwende, das bestimmte Duftstoffkomponenten enthält, dann rastet meine Haut komplett aus und ich kriege Pusteln im Gesicht, die wochenlang brauchen um abzuheilen und die ich auch medikamentös behandeln muss. Und selbst wenn man von den ganzen ätherischen Ölen im Produkt hinweg sieht, ist dennoch ein deklarationspflichtiger Duftstoff enthalten und somit ist dieses für Eul einfach nicht duftstofffrei. Übrigens ist die Europäische Kommission gerade dabei, die Duftstoffliste für deklarationspflichtige Duftstoffe zu erweitern. Das heißt zu denen, die wir bereits haben, sollen noch deutlich mehr hinzu kommen. Unter anderem auch einige ätherische Öle wie beispielsweise Lavendelöl. Ich persönlich finde, das ist längst überfällig und wird auch sicherlich vielen Duftstoffallergikerinnen und Allergiker helfen, passende Produkte für sich zu finden. Das heißt ab einer bestimmten Konzentration müssen dann auch die ätherischen Öle auf der neuen Liste sozusagen gekennzeichnet und angegeben werden. Das finde ich einfach super super wichtig. Ich glaube zwar nicht, dass uns dann solche Sachen erspart bleiben, also dass Marken ihre Produkte als Duftstoff frei bewerben, obwohl ätherische Öle enthalten sind. Aber es ist dennoch ein wichtiger und hilfreicher Schritt und sicherlich auch gut, um diese Sachen so ein bisschen einzudämmen. Was haltet ihr davon? Würdet ihr dieses für Eule in eurem Intimbereich benutzen? Ich persönlich finde das Ganze gar nicht so dufte und würde es definitiv nicht in meiner Intimregion verwenden. Falls euch das Video gefallen hat, teilt es gern mit anderen Menschen, schreibt einen Kommentar und lasst ein Däumchen nach oben da!